Ich bin ja da, ja. Ah, du bist jetzt eine heiße Lady bist du. Ich meine, du bist der Typ vor mir. Äh, ja. Wow. Jetzt wird's richtig spannend. Mit mehreren Leuten macht's bestimmt noch mehr Fun. Klappe die Tür hinter dir! Dass man durch Töne schießen kann, finde ich ein bisschen doof. Die Tür stehen auf uns und sie. Ich glaube, es ist so... Feuer löschen. Das war vorhin noch nicht da. Ah, also sind die Maps sozusagen auch random. Also die Räume. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt den Ausgang hier finden. Also den Schlüssel wieder. Und denken aber, dass das nicht wieder da an derselben Stelle liegt. Wie kommen denn immer die Türen zu hier? Die waschen hier ja gut durch. Äh, das sind bestimmt Profis. Oh, hier ist was. Nice, ich hänge natürlich fest. Keine Angst, ich bin da. Oh, oh. Äh, I found some keys. Hopefully this will, äh, will let us up some... Locked doors. Ah, ja. Okay. Das ist was, was wir eigentlich schon wussten. Da ist doch irgendwas, oder? Ja. Die Tür schließen dringend richtig, wenn die eine Hälfte fehlt. Sehr gut. Haha. Okay, jetzt suchen wir sicherlich wieder einen Schlüssel. Jo. Das ist, glaube ich, hier. Irgendwo, oder? Ich wollte einfach nur die Türen, die offen sind. Warte mal, hier ist der Typ. Hier ist der Knopf, der Rote. Ja. Wo ist der Schlüssel? Erinnert mich ein bisschen... Hast du mal Left 4 Dead gespielt? Nee, aber ich kenn's. Das erinnert mich ein bisschen stark daran. Oh, wieder eine Nachricht. Äh, the guard station is open. We need to activate the control panel for the cell block. Okay. Wo ist der guard station? The guard station? Wo ist denn noch eine Nachricht? Äh, I just activate the control panel. We need to heat and shoot cell block B. Okay. Ja. Da schauen sich welche ein bisschen besser aus zu können als hier. Ach, das... Ah. Wenn du dein Handy anguckst, dann hast du eine Anzeige. Wie viel Mitte du noch entfernt bist. Oh Gott. Oh, der wurde gebissen. Ja, die schießt sich. Wie siehst du den vor mir? Ja, du kannst dich die Leute durchschießen. Der ist immer wurde gebissen. Wir könnten mal ihre E-Haus machen, ich seh absolut nicht ruhig hinzuschießen. Wo ist die Frau hin? Ich glaube, die verwandelt sich. Die Frau. Ich habe die gerade geobachtet, weil die ist abgehauen gerade. Da hat sich das von hinten hier überrascht. Ich glaube, da hat sich gerade wer verwandelt. Ernsthaft? Noch nicht. Mit Tabulator kannst du sehen, wer alles noch da ist. Wenn das Bild grau ist, hat er sich verwandelt. Das war zwei sicher Geschüsse. Ich glaube, wenn man unter Druck steht, dann trifft man besser. Die sind jetzt in Zellblock B sind wir jetzt auf jeden Fall. Hier ist Station 4. Haben wir hier irgendwas? Irgendwas zum Mitnehmen, Aktivieren. Irgendeine Uzi? Warte mal. Willst du irgendwas haben? Ne, sie will nichts haben. Da habe ich jetzt einfach die beiden Waffen eingesteckt. Da musst du Tabulusen wissen. Ne, aber hier kommt gleich was. Wo bist du? Ich glaube, ich sehe dich. Ich glaube, ich sehe dich. Ich habe auch fast keine Munizor mehr. Oh, Quatsch, ich warte. Oh, oh. Oh, nicht der Typ. Der Spot wird übel. Der Spot wird übel. Fast keine Muniz mehr. Boah, ist down. Ich hab auch fast keine Muniz mehr. Wir haben auch 16 Schuss. Meine Pistole habe ich noch einen neuen. Wir sind raus, die frische Luft. Na, erstmal ein bisschen trainieren. Eins, zwei, eins, zwei. Oder Basketball spielen, kann man auch machen. Warte mal, haben wir hier irgendwo Munition. Nächste Nachricht. Nicole, it seems the alarm system has disabled. The office until the loading dock is closed. Okay, da ist die Meteranzahl. Die Meteranzahl ist super. 55 Meter noch entfernt. 44, 40, 37. 35. Bist du lange laufen, oder? Nein, ich bin auch unten. Oben lang sind wir jetzt da. Oh Gott, nicht hier so ein SWAT-Typ. Lass mich durch, lass mich durch. Lass mich durch. Boah, boah, boah. Die Kette ist ein Zombie gewesen. Munition. Wow. Nein. Ich bin tot. Ja, ich fühle mich nicht so gut. Ja, ist... Was ist denn das, ey? Off-Hardcore, oder? Ja, wir haben es. Ja, wir haben es. Ja, wir machen es. Ich bin jetzt da, wo ich eigentlich noch nie war. Auch nice. Bist du ein Zombie? Jo. Noch einen einzigen Schuss, das war's. Ich bin der schlechteste Zombie. Ich sterbe sogar als Zombie. Hey, kommt hier jetzt einfach mal alle her. Irgendwas mit Supplies? Jetzt fresse ich euch alle auf. Ja, super. Wir haben alles komplett weggeguckt. Wir sind sehr gut. Ha, no problem. Ich bin sehr gut. Ha, 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 ha. Gerade, ich dachte, hier geht's in vier Faden umsonst lang, aber... Na renn noch, Renner. Ich bin mir jetzt wie ein Arsch, ich fress jetzt einfach auf. Tja Kollege, hier willst du nicht durchkommen. Kann ich hier irgendwie tricksen? Nein, ich bin tot. Hätte keine Ausdauer mehr. Ach, ich bin wieder ein Zombie. Oh, siehst du, das wusste ich gar nicht, dass man nochmal, wenn man als Zombie stirbt, wieder ein Zombie ist. Ich denke, es geht so lange an, bis alte Spieler tot sind. Hm. Tappuma, wo ist ein Männchenfleisch? Wo sind die denn, Alter? Wo seid ihr? Nur einer zum Schuss. Ach, das bist du. Ach, das bist du. Ach ach, ich hab nur das Spiel weg gesehen. Ich bin quasi weg. Ich hab nur noch keine Ahnung. 0,5. Okay. Entschuldigung. Warte ich los. Oh. Die hab ich da Luft weggehauen. In der Luft. No homo. Aha. Was ist das für eine Schwierigkeit? Ich glaub, ich verwandle mich auch da. Mein Herzschlag erhöht sich. Und der Bildschirm graut sich aus. Bis jetzt habe ich. Ah, da bist du. Weck Feuerlöcher nach. Ach, da bist du. Ach, man. Alles gemein hier. Füllten mich alle nacheinander. Wann ist es bei dir soweit? Tja, also ich hab quasi kein Leben mehr. Aber es passiert halt nichts. In Sachen Verwandlung. Was ist das denn? Alter, Büttchen müsste doch grau werden bei dir, oder? Ja, ich hör auch quasi kaum noch was. Ich hör alles so komisch verzerrt. Ich glaube in wenigen Sekunden und ich verwandle mich. Ah, das hat ein Chief mitbekommen. Ja. Und da hat er mein Kopfschuss gehört verpasst. Ich versuchte ihn mal zu fressen. Mach, 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 mach. Oh Mann! Ich versuchte ihn mal zu überraschen hier. Irgendwie mal. Ich glaub ich wäre ganz am Anfang. Okay, da sehe ich es. Eigentlich müssten wir bei denen sein, die da am Leben sind. Aber irgendwie... Die hab ich gesehen. Was bin ich jetzt denn? Hm? Was bin ich wieder hier? Irgendwie, ähm... Bin ich ein sehr... Dummer Zambi. Oh, da ist einer. Ich finde den Weg nicht. Wer den Sterben ist der? Sie haben nicht rum! Einen habe ich schon mal gebissen. Aber gekratzt. Wie auch immer. Kann ich Türen aufschlagen als Zombie, oder? Ja, aber die halt so rot aufleuchten ein bisschen, die pulsieren ein bisschen, aber du brauchst halt ein Weitchen. Also als Zombie lebt sie noch, äh als Mensch lebt sie noch. Oh Gott, danke schön. Nein, da hat er gekämmt, das kommt ja. Wieder ein Zombie. Ich glaube, wir müssen es langsam beenden hier. Weißt du, wo die sind? Ähm, ja, die sind im Block C oben. Block C, ich bin im Block B. Äh, mein ich ja Block B. Achso, okay, ich höre richtig. Ich bin jetzt genau da, wo es die Treppe hochgeht. Dann müssten die, glaube ich, ähm, wo bist du? Ich schwöre es? Ich glaube ja. Ja, das bin ich. Okay, geh lang. Achso, stimmt. Das hier habe ich, äh, vorher noch gelöscht mit letzter Kraft. Bin... Wir müssen die... Da ist sie wieder. Mit STRG kannst du dich ducken, dann sehen sie dich nicht. Ja, dann bist du versteckt. Sondern tatsächlich laufen jetzt hinterher. Ja, oh Gott. Die wird aber nicht zum Zwimmen. Ich habe die zwei oder dreimal gehettet. Ah, verdammt. Ich war zu langsam. Warte, ich komme zu einem der Ecke. Ja, sicher. Ist es nur noch sie am Leben, oder? Ne, ne. Die anderen beiden sind auch noch da. Dann kannst du aber ewig dauern. Aber irgendwann geht die Munition auch, alle. Oh, eine Nachricht. Da haben wir wieder was geschafft. Oh, geil. Gute Wäge. Was sind die denn? Die sind immer noch genau in der selben Stocke. Und für ganz viele Zombies, ich glaube, die haben gerade was geöffnet. Und für ganz viele Zombies. Ich erschüsse. Ja. 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 Finde ich voll cool irgendwie. Haben sie cool gemacht auf jeden Fall. Bloß finden tue ich die nicht, die Leute. Oh, ich höre jetzt ganz viele Zombies. Ganz oben sind die. Ganz oben geht es noch eine Etage höher. Also ich denke mal, dass die hier sind, weil... Ne, die sind hier doch nicht. Oder die haben natürlich die Türen zugemacht, ne? Ich höre hier im Haus, richtig laut. Muss ich tiefer? Noch tiefer? Da sind sie. Nein, da kommt wieder der Schmuffwinte! Ah, ich haue hier ab. Sind die... Sind die wieder bei der Treppe, oder? Ganz unter die Treppe runter. Ach, verdammt. Die drehen sich aber auch immer um, ne? Wie ich spiele aus, hast du ja schon ein bisschen... Ich traue mich da nicht rein zu rennen. Aber das Gute ist halt, als Zombie hast du auch nicht so extreme Chancen irgendwie... ...overpowered zu sein. Dass du zum Beispiel 10 Schüsse oder irgendwie so verträgst. Ja. Und dann ist die da? Warte, ich versuche das Ganze abzuholen, aber ich weiß nicht wo du bist. Wir gehen uns grad runter. Also da hatte ich einen Weg lang, und dann immer weiter, immer weiter, und irgendwann kommt da so ein Hausflur. Also du bist grad die Treppe runtergelaufen. Bei B. Ach, bei B bist du? Yeah. Boah, Schaf, wir treffen uns nochmal, weil... ...den Weg, den ich dir gezeigt habe, die Treppe rauf, dann die eine Richtung lang, und... ...da, wo wir den einmal getroffen haben. Ja. Warte mal, wer zum Block weg... Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, das war hier entlang, da hinten... Jetzt bin ich wieder bei diesen Pappdingern, wo du dich geduckt hast. Genau, da weiter, immer weiter. Oh. Ja. Jetzt bin ich wieder hier, aber wo geht's hier weiter? Ähm, warte mal, ich komm dir mal schnell entgegen. So viel Zeit muss sein. Oh, ich... Ich glaube... Ich glaube, ich hab's hier. Dann geht's weiter. Da. Bist du das? Ja, ich... ...versuche hier durchzukommen. Spring mal. So wirklich, man kommt jetzt einfach durch die Tür. Die Tür ist zu, jetzt komm ich durch. Echt? Jetzt ist die zu. Jetzt bist du durch... Jetzt bist du durch bei mir. Ja. Komisch. Ich dachte gerade, hä, was ist das jetzt? So wieder kommt da die offene Tür. Oh, ein Feuerlöcher. Und dann geht's hier runter. Oh, Alter, wie weit sind die mittlerweile weg? Und das dann immer neu laufen, das ist doch ätzend. Ja, aber wirklich, ey. Da sind sie wieder. Da ist er. Da ist er. Musst aufpassen. Warte, ich werde draufhängen, stell die Tür schon auf die andere Seite, nicht da reinrennen, ich habe einen gehittet, ich glaube, in irgendeinem Sinne. Ich frage mich, ob die eine zum Zombie geworden ist. Ich weiß nicht, ob ich einen noch gehittet habe, ich habe auf jeden Fall geklickt. Jetzt sehe ich irgendwie schneller. Ich glaube, die ist rausgegangen. Nee, die Pisti ist noch da. Ich will nicht mehr zufrieden, Cam. Ja, Baby! Hm. Irgendwie war es ja angedacht, dass wir dieses Spiel größtenteils als Survivor-Spiel nur mehr als Zombie. Das ist mir überhaupt gerade durch den Kopf gegangen. Aber irgendwie, naja. Ach, der Typ war da. Verdammt! Boah, ist dort ewig, bis er wieder da ist. Was? Äh, bist du das? Äh? Nee, dann ist grad nie was. Irgendjemand gerade gehauen. Der Zombie-Wander-Simulator. Mhm. Willkommen beim Zombie-Simulator 2016. Hier bei Blub und Sarion. Ich habe das Gefühl, wenn man das F drückt, dann ist man irgendwie schneller unterwegs. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Irgendwie müssen wir die doch fressen können. Äh, warte mal hier runter. Ach ne, ich bin auch nicht ganz unten. Boah, Alter, der wächst so mega lang. Ja, guck mal. Wow. Hm. Hm. Halt mal hier auf den Computer. Oh, da loopt es wieder um Hänge. Mickey Lemon heißt der letzte Game. Warte mal, hier durch die Tür war das, glaub ich? Nee, warte mal, das war... Ah, wenn du, wenn du R drückst, kannst du diesen Trick wie in DayZ machen, dass du den 3rd Person in die Ecke gucken kannst. Mhm. Ich seh, dass da... Ich mach's, ich mach... Ich hab den mit B gemacht. Oh, sie kommen. Oh, da kommen sie jetzt wirklich hin. Alter, wie... Wie langsam schlägst du denn als Zombie zu? Ich glaub, ich hab den wieder nicht getroffen. Okay, den hab ich jetzt aber getroffen. Der steht am Spawn. Der kämpft am Spawn. Ich hab jetzt einen gekillt. Äh, einen angegriffen. Der muss sich jetzt eigentlich verwandeln jetzt. Ich hab auch einen gekillt. Toll. Was denn? Hier stehen welche, die hier Spawn campen. Der ist down. Sind ja eigentlich einige Zombies, ne? Mhm. Folgt mir beide Knaben. Ich zeug euch den Weg. Oh, ne Nachricht. Ja. Leider nicht. Weil die B-Taste ist eigentlich Handy und da hast du geblendet. Ähm. Aber, wie viel Munition haben die denn bitte? Guck, was machen die, was wir nicht gemacht haben? Mhm. Ich glaub, diesen anderen Spiel muss aber irgendwie etwas interessanter. Wo man irgendwie draußen gestartet ist und dann irgendwie in die Gebäude rein muss. Hier ist man ja die ganze Zeit in so einem Gebäude. Mhm. Jetzt sprich mit dem Survival was oder so meinst du, oder? Ja. Oh, die Chirte sind ganz nah. Ja. 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 Auf irgendwoher müssen sie sein. Ja. Und das nicht mit wenig Feuerkraft. Ich glaub, die sind oben jetzt, ja. Boah, sind die So, hier geht's nach draußen Das macht Sinn Da hinten sind sie Da ist er Und er ist unterm Funkturm Also sind die draußen Ganz oben auf dem Dach Die heilen sich gegenseitig Kletter mal vor Da Sieh so Er hat so ein bisschen hin Kann die ausstricksen Nein Ah, die doofe Kuh, ey Ich will, den muss ganz im Weg Nochmal laufen Wer, 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 wer Nein, was ist hier oben? Was ist das denn? Ne, ich tät' ich grad nicht Ah, verdammt Mann, ey, das ist ja abschlachten, ey Willkommen, ey, das ist ja hier unglaublich Ich geh' mir fest Okay, ich hab's ja nicht nicht gesehen Und da hab ich einen erwischt Oh, die warten nach nem Rubschrauber Einen hab ich erwischt Wir wollen zum Rubschrauber Ich hab mich hinter so'n Rohr versteckt Oh, Alter Da ist ja jemand aggressiv Ist er angepisst, dass ich ihn noch gekriegt habe Ach, hast du das gemacht? Warst du das? Ich hab mich hinter so'n Rohr versteckt Und wir sind alle an mir vorbeigelaufen Dann hab ich einen von hinten erwischt Wo sind die denn jetzt hin? Ich glaub die waren zum Rubschrauber Ich verstehe Ach, ich red' die hab ich noch erwischt und er ist richtig angepisst. Da hätten sie mal einfach hinter dem Rohr nachgucken sollen, wo ich stand. Hat trotzdem Spaß gemacht, hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, war ganz lustig. Auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig mein Spiel ist, muss ich sagen, aber war das lustig. Die Modi jetzt oder das Spiel? Das Spiel generell. Ja, das ist ein bisschen... Wollen wir mal andere Dings versuchen, oder? Ich geh mal ins Hauptmilieu. Okay. So. Unglaublich, ey. So viel von gezeigt und so viel gestorben. Hm. Magst du noch was anderes testen? Weil... Hier gibt's eine ganz, ganz, ganz große Auswahl. Wir können noch was anderes testen, ja. Wir können ja noch eine Sache testen und dann... Machen wir erstmal einen kleinen Cut, würde ich sagen. Genau. Aber was ist die Frage? Aber was ist die Frage? Diese PvP will ich auf jeden Fall nicht. Ähm... Extraction... Warte mal, da gibt's ja... Warte mal, wie war denn das? Äh... Ne... Extras... Ne... Wo war denn das? Ich mach bei mir mal einen Cut, bis wir im Spiel sind. Ah, das ist klar. Gute Idee.